Mama, kannst du mir mal erklären, warum du da jetzt so blöd auf dem Boden liegst? Ja, Flummi, alles gut. Das mit dem Springen hat nicht so geklappt. Ich warte jetzt auf dem Rettungswagen. Alles gut. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber ich dachte, wir springen zusammen weiter und jetzt liegst du hier so faul auf dem Boden rum. Mano!